Wie ist das fließt in meinen Adern? Wochenthal ist ein süßes Gift, eines, das mich lehnt und nicht schlafen lässt. Und ich wehre mich nicht und finde es gut, und ich höre ihre Stimme, die mich lockern ruft. Komm doch heute Nacht zu mir. Ein Duft von warmer Haut, umgab mir's, als sie plötzlich vor mir stand. Alles war nie die Versuchung selbst. Ich brauchte nur ein Wort zu sagen, doch sie sah mich nur an und jedes Wort war zu viel. Komm doch heute Nacht zu mir. Warum geh ich nicht rüber? Ihr Zimmer liegt nebenan. Diese Chance kommt niemals mehr wieder. Warum hab ich Angst und ruf sie nicht an? Wählend lang wird jede Stunde und die Nacht ist rückend heiß. In mir dröhnt es dumm, wie mit Trommelschlag. Geh zu ihr, denn sie wartet nur auf dich. Immer wieder seh ich vor mir ihr Gesicht. Komm doch heute Nacht zu mir. Irgendwann gegen morgen schlaf ich ein. Tief drinnen in mir hör ich es immer noch. Komm doch heute Nacht zu mir. Wie in Berlin. Untertitelung. BR 2018